Ja, hallo, liebe Leute. Ihr habt ja mal bestimmt den Link gesehen, den unsere Stalkerin mal gepostet hat, von diesem Uga Aga Mantra oder so. Wir haben uns diesen Blödsinn mal angeguckt, um unsere Stalkerin vielleicht besser verstehen zu können und zu wissen, wie wir hier diesen unglaublichen Schwachsinn, unglaublichen Blödsinn endlich zu Ende bringen können. Und, also was ich da gesehen habe, ich, Leute, ohne Worte. Ich poste jetzt mal ein Video, also einen Link unter dem Video und ich bitte euch, euch das mal anzusehen. Ihr müsst euch nicht diesen ganzen unglaublichen Blödsinn ansehen, aber guckt euch das stellenweise mal an. Dann wisst ihr, was mit unserer Stalkerin los ist. Also, das müsst ihr sehen, das glaubt ihr nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall mit meinen harmlosen Depressionen unglaublich gesund. Ja, ich auch.